Wir sind wandern und ich würde mal sagen, es läuft bei uns. Wir haben jetzt ungefähr eine dreiviertel Stunde hier gebraucht, um im Gestrüpp den Wanderweg zu finden, aber ist ja hervorragend markiert. Wir sind am Anfang irgendwie falsch gelaufen, wollten schon aufgeben und standen in irgendeinem trockenen Flussbett. Jetzt haben wir auf dem Rückweg zum Campingplatz doch noch den Wanderweg gefunden und versucht noch mal unser Glück. Es ist ganz schön heiß, umso geiler, dass wir hier in so einem schönen Nadelwald sind, der ab und zu mal schattig ist und wir sind jetzt sehr gespannt, wo es uns hinführt. Erich, willst du noch was sagen? Stop! Vielleicht, damit wir auch wieder zurückfinden, hätten wir so ein paar Brotkrümel all along the way fallen lassen, sollen. Aber wir haben kein Brot mehr, wir haben auch kein Müsli mehr, wir haben eigentlich nichts mehr. Es ist auch Sonntag. Es ist auch Sonntag. Wir leben von Sonne und frischer Luft. Siehst du, der ist schneller. Was ist denn schnell? 36 Minuten. Hin und zurück. Bis zum Campingplatz wieder. Nein, bis zu dem Aussichtspunkt da oben. Ja, und dann wieder zurück. 36 hin, 36 zurück. Genau. Ja. Dann aber ratzfatz. Manchmal läuft's. Wir sind mal kurz einkaufen gewesen. Ja, zeig's mal. Wir haben mal gebraucht, mal nach längerer Zeit hier da mal einzukaufen und ein bisschen Großeinkauf zu machen. Und wir dachten, ach ja, komm, hier gab's ein Gervor. Fahren wir mal rein. Das sind ja diese französischen Riesenkettenläden. Ach ja. Also, der Einkaufswagen ist voll. Ja. War auch teuer. 180 Euro. Also, ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir so groß einkaufen waren, oder? Ich hoffe. Das war ein bisschen krass. Na ja. Keine Würste mehr für Erich. So, jetzt schnell einpacken und Abfahrt. Da wir gestern unsere Wanderung abbrechen mussten, aus Zeitgründen einfach nur, haben wir gedacht, machen wir heute wieder einen kurzen Spaziergang. Es ist super windig gerade geworden. Ja, ne? Windig, total. Und wir sind ja ein Stückchen weiter gefahren, nachdem wir ganz teuer eingekauft haben. Und ich muss jetzt niesen. Dankeschön. Keiner hat gesagt. Nein? Gesundheit. Aber ihr habt bestimmt was gesagt. Ja, wir sind am neuen Platz angekommen. Irgendwie, hier ist so ein Picknickplatz. An einer Kirche oder irgendeinem Wallfahrtsort. Ich weiß es nicht. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Mal gucken, ob wir hier schlafen können oder nicht. Gibt es sogar Mülltonnen. Leider sind die Mülltonnen nicht ganz verschlossen und durch den Wind fliegen überall die ganzen Sachen. Oh, was ist das denn hier? Ja. Sehr christlich geprägt, dieser Picknickplatz. Auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, wir gucken mal. Ja, wir gehen mal hoch zum Kreuz. Genau, aber wieso ist hier so ein Zaun? Vielleicht damit da keine Jungen im Auto hochfahren. Achso, ja, das könnte sein. Dann gehen wir mal einmal drüber. So, also, jetzt an meiner Linken ist ein Picknickplatz mit Tischen und sonst was. Irgendwo muss sogar ein Brunnen für Wasser sein. Oh, ein Kinderspielplatz, ein großer. Herr Biet, du kannst gleich auf die Schaukel. Genau, und wir gehen jetzt erstmal kurz zu dem Aussichtspunkt, denn der Aussichtspunkt ist anscheinend dann so ein Riesenkreuz, der auf dem Berg steht. Aber auch die Berge rundum sehen schon ganz cool aus und man kann hier auf jeden Fall ein paar Wanderungen machen. Mal gucken, was wir heute schaffen, denn es ist ja schon wieder 16 Uhr. Ist auch egal, das Tageshighlight wird eh sein, dass es heute Abend Paea gibt. Stimmt, wir haben Paea gekauft. Also, es wird Zeit eigentlich, dass wir Paea noch essen gehen, so richtig. Aber wir haben erstmal eine fertige gekauft. So, hier geht es erstmal berghoof. Ah, guck mal, sogar da hinten sind seine Tieranlagen. Oh, eine Grillstelle. Das Teil ist auf jeden Fall eine Grillstelle. Super nett. Schön gemacht, also auf jeden Fall mega. Und voll neu, weil die Bäume alle noch ganz jung sind. Ja, das ist alles komplett neu angelegt hier. Aber erstmal hoch zum Kreuz. Eine sehr nette Aussicht. Und da vorne ist die Autobahn. Wir sind gerade mal fünf Minuten von der Autobahn gefahren. Wir sind ein Stück spazieren gegangen, weil da war so ein Weg, national sowieso Parki. Standwitzigerweise, man durfte hier mit 30 kmh fahren. Man darf aber keine Blumen abreißen und natürlich kein Feuer machen. Und da stehen wir schon wieder an einem trockenen Fluss. Also irgendwie... Also irgendwie... Krass. Ja, dann gehen wir doch mal ein Stück hier weiter wandern. Boah, super schade, dass hier kein Wasser waschen ist. Das ist echt krass. Okay, das habe ich jetzt hier gar nicht erwartet. So, ich dachte, wir gehen einfach mal. Doch, ich hole. Ich habe die Betonrinne gesehen, wie gestern. Achso, dann haben die das Wasser wieder irgendwo umgeleitet. Weil man sieht hier überall so Betonrinnen oder so Aquädukte, die das Wasser natürlich weiterleiten. Damit die Tomaten nach Deutschland auch kommen zeitig. Und die Orangen und Clementinen aktuell. Aber... Okay, krass. Das hätte ich jetzt hier gar nicht so... Cool. Na, hier kann ich im Augenblick um klettern. Ja. Da hat auf einmal der Kirchenparkplatz sich als ein kleines Wunder hier ergeben. Ich meine, es war ein negatives Wunder, da wir hier im trockenen Flussbett unterwegs sind. Aber... Aber wäre hier Wasser, wäre es ein richtig schöner wilder Naturfluss. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Nebenprodukt von den ganzen Monokulturen hier. Dass die das Wasser einfach für die Felder brauchen, weil hier sonst nichts wächst. Drei Viertel des Wasserverbrauchs sind hier für Felder und Tierwirtschaft. Aber das tut so im Nationalpark natürlich irgendwie auch nicht gut, wenn kein Wasser mehr da ist. Äh. Krass. Richtig cool. Geil. Okay. Dann hätte ich doch richtige Schuhe anziehen sollen hier für so eine Wanderung, ne? Ich laufe hier in Flip Flops. Naja. Ist ja noch kein Kletterpartier hier dabei. Was stand da? 1937, ne? Nein. 1937, du brauchst echt eine Brille. Ach scheiße, ich brauch eine Brille. Ja, aber die Zahl sah so wie eine 3 aus. Gut, war eine 8. So blind? Ja. Wahnsinn. Das kommt mit dem Alter. Und hier war der kleine Wasserfall. Okay, Leute. Also das mit dem Zurücklaufen verstehe ich nicht. Kameras aufstellen verstehe ich auch nicht. Ihr seht, dass ich mich bewege, dass ich irgendwo hingehe, ob ich jetzt an der Kamera vorbeilaufe oder sowas. Check ich nicht. Lisa, also mit dem Kamera aufstellen, dann zurücklaufen, holen. Das machen wir nicht nochmal. Erich, wo ist dein Opnel, wenn man es mal braucht, weil ich möchte ja nicht den ganzen Busch noch rausreißen. Reicht uns das als Ernte? Warte mal, wie viel? Reiz. Ja, klar, reicht das. Geht weiter und weiter und weiter. Also ich wüsste echt nicht, wo es aufhört. Man sieht zwischendurch aber, wenn es mal stark regnet, dass da einiges runterkommt. Ist halt Schiefergestein. Da geht es berghoch, irgendwie steil hoch. Da hinten zwischen den Bäumen sieht man was Helles. Auf jeden Fall ein Berg. Also der Fluss könnte weitergehen. Also hätten wir das gewusst von vornherein, ich glaube, dann hätten wir ein bisschen Proviant genommen und wären schon mal vorher losgelaufen, oder? So eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Heißt, gleicher Fehler wie gestern, miserables Zeitmanagement. Timing passt ja nicht. Und wie gesagt, wir wussten gar nicht, dass hier sowas ist. Wir dachten gerade eben so, ja, bevor es wieder gleich in den Bus geht, weil eigentlich sollte der Platz heute nur zum Schlafen da sein, damit wir morgen weiterfahren und endlich in Andalusien ankommen. Na, Giraffe mit O. Goraffe. Goraffe. Giraffe. Genau, wir wollen nach Goraffe. Und das wäre einfach nur ein Zwischenstopp. Und dann pufft sich der Zwischenstopp. Ziemlich geil. Super schön. Ja, ich glaube, ja, ich wäre hier auf jeden Fall noch ein Sonntag geblieben und weitergelaufen. Das ist krass. Erich parkt nochmal schnell um. Gar nicht so einfach hier auf diesem Riesenplatz irgendwas zu finden, was eben ist. Aber ich glaube, jetzt haben wir eben eine Stelle gefunden. Es ist schon spätabends, halb sieben. Wir haben Hunger und freuen uns auf die Feier. Hört ihr das? Müssen wir halt das Besteck fixieren. Einzeln. Dann wird es nicht mehr so klappern. Und die Teller. Die schweren Teller. Oh, da vorne soll schon gleich der See sein. Ich stelle es nur da in dem Tenin. Aber die See, da können wir es sehen. Ich sehe viel Straße und Olimo. Ja. Was machen wir heute eigentlich? Wir haben eine spontane Planänderung. Eigentlich wollten wir nach Kurafe fahren. Da soll es aber heute Nachmittag schon regnen. Weswegen wir jetzt noch einen Abstecher machen zu heißen Quellen, die 40 Gramm heiß sein sollen. Wir schauen einfach mal und die sind bei einem Stausee, den es eventuell nicht mehr gibt, aber die heißen Quellen nicht mehr machen. Wir gucken es uns einfach mal an. Wir sind bei den Badequellen. Es ist ein Riesenbecken. Also es ist so warm. Es sind wirklich 40 Grad. Es ist richtig krass. Also 40 Grad anscheinend. Und Piet freut sich auf jeden Fall auch. Ich war noch gar nicht drin. Ich gehe mal jetzt schnell rein. Und man sieht, wie das dampft. Eigentlich mal vernünftige Wärme von einer Badequelle. Und vor allem Riesengrund und für die Farbe. Und dann schaut man, man sieht auf den Grund, aber es ist ein tiefblaumilchiges Schuhling. Ja, und es ist fast niemand da. Zwei, drei Personen noch, die mit baden. Fertig. Geil. Gut, das Wetter ist heute natürlich nicht so schön, aber auch die Umgebung grundum ist eigentlich schön. Ist geil, oder? Ja. Wie viele Tage können wir hierbleiben? Morgen ist auch noch schönes Wetter. Also da ist das Restaurant. Und da unten, in dieser grüne Oase aktuell, dieses wunderschöne, warme 40 Grad Badewanne. Ja, sonst ist die ganze Gegend, aber da sind so Vögel und sonst noch was, alles mögliche an Geräuschen, was ich wieder da gehört haben. Was in diesem sumpfartigen, ja, naturbelastenden inzwischen, würde ich sagen, Bereich passiert. Jetzt sind wir einmal kurz gefrühstückt. Dafür fahre ich nochmal kurz irgendwo an eine Stelle, die ein bisschen gerader ist. Und dann fahren wir auch schon wieder weiter nach Korafe. So, hier alle schon eingestiegen? Nein. Nein, hier noch nicht alle eingestiegen. Ich wollte schon losfahren. Na gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Alle warten immer auf den Film an. Was? Ich filme doch gar nicht. Ich unterhalte mich. Wow, da geht es gleich, zumindest nicht heute, aber man kann da runterfahren, in den ganzen Canyon. Wow. Ja, wir sind jetzt kurz vor Garafe und der Weg ist richtig, richtig gut. Erstmal, sonst geht es durch die nächsten 10 Kilometer, geht es so. Canyon, Canyon, Canyon. Ja, ich weiß, hier sieht man erstmal Acker und dann kommt der Canyon. Krass. Aber hier gibt es doch so Anhaltepunkte, wobei die laufen jetzt da einmal hier. Ich kann nochmal an. Das wackelt und scheppert überall hier. Das ist unser Ausblick für heute Abend und auch für morgen. Wir sind in Garafe angekommen und haben vorher in den heißen Quellen gebadet. Ein mega geiler Zwischenstopp. Und schaut euch diesen Canyon an. Und wenn morgen die Wolken weg sind, dann wird man da einen schneebedeckten Berg sehen. Hätten wir niemals gedacht, in diesem super trockenen Spanien, dass es überhaupt irgendeinen Berg mit Schnee, Kappe oder Kuppe gibt. Richtig beeindruckend und auch so derart tiefe Canyon. Hätte ich nie erwartet. Sieht heute schon ziemlich geil aus. Ich freue mich mega drauf, wie es morgen im Sonnenlicht ist. Und dann haben wir richtig Bock, nach dem heutigen Wellness eine Runde wandern zu gehen. Und dann wollen wir hier hin. Ja. Dann gehen wir dann.